Musik Leute schaut euch mal die Drohnenaufnahmen an und jetzt bildet ihr ein paar Aufnahmen davon Let's go Let's go Let's go Yes Leute schaut mal wo ich bin Das hier ist unser Außenpool den wir hier frei mit benutzen können Und da hinten ist dann sogar noch ein Fitnessstudio und ein Billardtisch Ja und in das Wasser mit dem Infinity Pool Da werden wir jetzt nochmal schön schwimmen gehen Der sieht richtig nice aus Jump in, ja! Oh, das sieht so nice aus Crazy Russian Gönnt euch diesen Pool Wie geil ist das? Schaut euch diese Wolkenkratzer an Okay, okay Hey, dude, this is not Pascal's channel, this is my channel Okay, follow me too Okay, follow me too Okay Okay, follow me too Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe euch hat der Tag hier in Kuala Lumpur gefallen, wenn ja würde ich mich richtig hören, daumen nach oben von euch freuen und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr hier kostenlos meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Schön, dass ihr wieder dabei wart, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao.